Willkommen zu einer neuen Folge heute spiel ich mal Schneefrei in Rocket League Schneefrei ja das heißt so ok da habe ich mich doch nicht also da habe ich doch nicht den falschen Namen gesagt Schneefrei ich merke mir das immer wegen man spielt Hockey mit einem Puck auf Eis und Eis hat absolut nichts mehr durch die Schnee zu tun in dem Modus natürlich in die Harte ist was mit Schnee zu tun natürlich aber jetzt nicht in diesem Modus und eigentlich hätte springen sollen ich hätte springen sollen oh man Vielen Dank. Nein! Das war die falsche Richtung! Oh mein Gott, ich habe keine Parade bekommen! Ernsthaft? Ups, aus dem Mausrad gerückt. Oh! Was? Au! Noch Rammen. Nein! Ich denke mal, das ist ein Ball, deswegen bin ich mit der Kamera abgesprungen. Das ist ja gar kein Ball. Der muss irgendwie weg. Und dann kommt die, aber er kommt nochmal durch. Ey Junge! Ach, ich wollte eigentlich einfach durchmarschieren. Dann muss das ganz schnell free werden. Oh, komm! Oh! Ui! Nein, das war die falsche Richtung. Nein, das war die falsche Richtung. Ei, ei, ei. Ja, das war die falsche Richtung. Nein, das war die falsche Richtung. Junge, da wurde er mega auseinandergenommen. Okay, oi, oi. Okay. Oh! Oh! Das war jetzt... nicht so gut. Gar nicht mehr Buß geworden, ne? Ich muss das unbedingt nur mit Elias spielen. Was findet ihr auch? Ey, viel besser als ich. Aber... Oder viel besser wie ich? Ach, egal. Aber... Er spielt auch echt lange schon. Wenn ihr drei Jahre lang findet. Oder zwei Jahre, bin ich mir gar nicht sicher. Ui! Ui! Oh! Bam! Das erste Fronnub, passt wenn man sich echt sagen. Ich kann da halt einfach wie so ein... ...Uz-Geschoss raus, ne? hoch und noch mal nachgezogen wie bei Elfer dann zieht er noch mal richtig nach geht da rein mit und waren vor allem ich dachte das wird gut ich hab kein Spiel den boost verpasst so gebrochen hätte ich den boost gehabt dann hätte ich vielleicht noch geholt dann wäre ich nochmal nachgezogen aber ja was soll ich sagen diese gg brille oder heißt sie lief nicht mehr richtig kommt schnell weg die heulen ich war halt auf dem Rücken was soll man sagen langsam werden die echt nervig ich hasse es über alles wenn man so spammt ich habe versucht ob ich überhaupt den noch kriegen würde aber nein nicht getroffen ich glaube das wird deswegen das ende nein okay direkt nächste runde diese brille heißt die oj brille ja ne man hat in schneefrei meistens wie die halt silberner so gleich fängt die nächste runde ich hoffe zumindest schneefrei spiel spielen wirklich fast gar keine leute ist krass Oh, da hinten ist der Zug sogar, der kann wirklich, also das war passiert, dass ich ran. Ja, das Spiel wird gefunden, so, okay, jetzt endlich neue Runde, das hat lang länger gedauert, echt lang länger. Und bam, ich wurde einfach hochgehebeld. Bam, kurz weg. Nein! Nein! Die Gegner sind schon wieder, die Gegner sind schon wieder zum Kotzen. Junge. Sorry. Wirklich, denn schneefrei sind die nicht nur, die sind nicht nur richtig eisig vom... Guck die Antworten, auch wenn die wissen, dass ich einen anderen meine. Ja, da muss noch einer hinterziehen. Ja. So. Oh. Das wäre jetzt nicht so sauber. Das schon? Oh, oh. Jaaaa! Uh. Ich kam da perfekt rein. Guck mal, einmal im Gegenteil direkt haben die Bock gleich was für eine Parade zu schreiben, ne? Ach, da kam keiner. Ja. Ey, nein! Ich hätte es vielleicht gekriegt. Jetzt sind die Gegner leise, ne? Da sehen wir mal, was passiert, wenn man so spammt! Hä? Man konzentriert sich nur auf Spamming und nicht aufs Game. So, Mitte. Leicht Mitte. Der sieht jetzt nicht so gut. Erdflügel. Aber trotzdem. Das hat was gebraucht! Wui! 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 Boah! Da wäre echt sauber. Noch an, äh, noch ein bisschen angestuppst, 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 angestuppst. Mein Fehler. Jetzt muss ich zurück schlagen. Kein Problem. Hehehe. Einmal. Er hat es einmal gemacht. Ich mache es auch nur einmal. Und dann ist Schicht im Schlag, ja. Aaaaah, ganz schön wegdrücken. Hehehe. So, da habe ich ihm, da habe ich ihm echt gut was reingezogen. Komm. Komm. Ja, gut. Puh! Ertrick einfach. Aber nur weil er mich angeschifft hat. Irgendwie. Nur deswegen hat es funktioniert. Aber eigentlich hat der das Zaufer, den. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, direkt auf den Mitspieler drauf. Ja, nicht ganz. Ups. Sorry. Ui. Nein! Das war echt knapp. Nein! Wegen dem Leck hat er so ein bisschen falsch gezogen. Strong! Strong! Ich habe ihm eine Vorlagenvorlage gegeben. Nein. Dieser Pinch war absolut schlecht. Ja. Komm rein! Ja! Nein! Nein! Ey! Es macht ihm voll Spaß. Ein guter Pass. Wieder. Nice. Ich bin gerade so verwirrt. Echt? Ich bin so. So. Absolut. Da ja. Nö. 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 Dachte ich krieg den noch irgendwie. Nein! Der kam ein bisschen langsam an. Aber.. Ja... Holst du.. Oder auch nicht... O-uuh. Hat fast funktioniert. Komm.. versuch mit dem. Schafst du! Komm. Bitteschos! Versuch! Zieh durch! Oder..? So, ich muss einfach... Ich muss einfach mal zurück... ...slang, ne? Und da haben wir gewonnen! Weeeeeee! Cool! Soooo! Aber ich bedankt, das war's mit der Folge. Abonniert den Kanal! Und leidt auf die Video, um nichts mehr zu verpassen! Und let's go in das nächste Video! Video mit euch!